Nun hat Frau Kiesbach das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Bekeres, Sie verschließen hier Ihre Augen vor der Realität. Seit über einem halben Jahr werden jetzt von fast allen führenden Sozialdemokraten dieser Stadt mit einem englischen Satz bombardiert, der angeblich Richtschnur des Senatshandelns sei. Pay as you go. Und seit über einem halben Jahr stellen wir fest, dass dieser Spruch nichts als PR ist. In Wahrheit heißt Ihr Motto spend as you like. Das gilt auch für den Umgang der SPD mit den Obdachlosen. Da gibt das Bezirksamt Hamburg Mitte 118.000 Euro aus, um mit Stein und einem Zaun das Problem mit den Obdachlosen unter der Kersten-Mieles-Brücke in den Griff zu bekommen. Alles umsonst. Die Steine haben nur eine Wirkung. Sie verschönern den Platz. Der Zaun ist ein No-Go und wird wieder abgerissen. Dann wird ein runder Tisch per Ordre de Mufti anberaumt, an dem der Bezirksamtsleiter immerhin noch teilnehmen kann. Das Ergebnis 500.000 Euro für einen Klobau. Für Touristen und Obdachlose zusammen. Weil angeblich in der Gegend ein hoher Bedarf an Toiletten existiert. Fehleinzeige. Der Tourismusverband sagt, es wurde hier noch nie Bedarf angemeldet. Ganz schnell distanziert sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion von den 500.000 Euro, spricht von einer Äußerung der Bauabteilung. Das nennt man einen Versuch der Schadensbegrenzung. Dann die Präsentation des Winternotprogramms für dieses Jahr durch Senator Scheele am 1. November. Frau Wolf erwähnte es bereits. 240 Übernachtungsplätze, insgesamt davon 160 im Bürogebäude in der Spaldingstraße. 50 Plätze mehr als in 2010. Extra mit Fototermin für die Presse. Alles schön und gut. Nur ein Haken hat das Ganze. Der ganze Spaß, wir hörten es bereits, an der Spaldingstraße kostet laut Hamburger Abendblatt vom 4. November 530.000 Euro. Und laut SKA, laut schriftlicher Anfrage der Linken vom 22. September, schätzt der Senat, es würde 200.000 Euro kosten. Und jetzt, sagt Frau Begeres, es würde 250.000 Euro kosten. Die Zahlen sind nicht genau. Wir hoffen, der Senat liefert hier bald genaue Zahlen und lässt nicht das Parlament im Wagen. Diese Investition wäre ja zu verstehen, wenn die Einrichtung dauerhaft für das Winternotprogramm nutzbar wäre. Ist sie aber scheinbar nicht. Die Liegenschaftsbehörde möchte offenbar das Haus im nächsten Jahr abreißen und die Brafläche gut verkaufen. Da fragt man sich, drucken Sie das Geld selbst oder haben Sie nur Lust zur Geldverschwendung? Das wahre SPD-Prinzip heißt jedenfalls wieder mal, spend as you like. Frau Begeres, Sie führten an, der Senat arbeite daran, an der Frage, ob er das Bürogebäude nicht doch nächstes Jahr stehen lassen möchte, wir hoffen, wenn der Senat hier zur Vernunft kommen wird. Wo ist denn eigentlich das angekündigte Konzept des Senats für die Obdachlosen? Erst hieß es, für den Umgang mit den Obdachlosen unter der Kerstin-Mieles-Brücke käme ein durchdachtes Konzept auf den Tisch, Pustekuchen. Mit der abgespeckten Version der Toilette, immerhin 24.000 Euro pro Halbjahr, kommen ein paar mehr Straßensozialarbeiter zur Brücke. Es gibt eine Hotline für Notfälle und ein Modest, ein mobiles Deeskalationsteam. Es soll mit den unterschiedlichen Gruppen der Obdachlosen bereits vor dem Entstehen eines sozialen Brennpunkts gesprochen werden. Es soll dem Betroffenen und dem institutionellen Unterstützungsangebot in Hamburg vermittelt werden. So weit, so gut. Sag ich doch. Aber was ist mit dem Umgang mit den Obdachlosen, die auf ihren Kletzen beharren? Will der Senat sie grundsätzlich gewähren lassen oder will er sie unter bestimmten Umständen vertreiben? Und welche sind das dann? Bestes Beispiel für die momentane Hilflosigkeit ist der Runde Tisch zum Hauptbahnhof, an dem ebenfalls laut Medienberichten die Sozialbehörde, Innenbehörde, die Polizei und die Deutsche Bahn beteiligt sind. Der Runde Tisch sollte die Übergabe des Sondernutzungsrechts für den Hachmannplatz und den Fußgängertunnel zur Mönckebergstraße an die Deutsche Bahn zum 1. November vorbereiten. Die Verhandlungen sind Ende Oktober plötzlich geplatzt. Es wurde seitens eines Beteiligten ein Rückzieher gemacht. Wir hoffen, dass der Senat sehr bald ein Konzept vorliegt, das nachhaltig ist und vernünftig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.